Der Kryptowährungsunternehmer Bankman Freed soll für 25 Jahre ins Gefängnis. Der Gründer der pleitegegangenen Kryptobörse FTX war bereits im November für schuldig befunden worden, Kundengelder in Milliardenhöhe veruntreut zu haben. Nun setzte ein Richter in New York das Strafmaß fest. FTX war bis zum Zusammenbruch Ende 2022 eine der weltgrößten Handelsplattformen für Digitalgeld wie beispielsweise Bitcoin. FTX war bis zum Zusammenbruch Ende 2022 eine der weltgrößten Handelsplattformen für Digitalgeld wie beispielsweise Bitcoin.